Was ist für dich eine Learner Journey? Was kann sie, was kann sie nicht? Wer arbeitet überhaupt damit? Und was darf in keiner guten Learner Journey fehlen? In dem Video gebe ich dir einen kompakten Überblick darüber, was ich unter einer Learner Journey verstehe und wie ich damit arbeite. Also ich definiere eine Learner Journey hier als Konzeptionsdokument für Learning Professionals. Und die Vorlage, die ich dir gleich zeigen werde, die hilft dir dabei, Lernen und Unterstützungsangebote für deine KollegInnen oder KundInnen zu konzipieren. Ich betone das, weil mein Verständnis an der Learner Journey eben abzugrenzen ist von dem, was die Lernten letztendlich auf einer Lernplattform zum Beispiel zu sehen bekommen. Du siehst gleich eine Vorlage, mit der du beschreiben kannst, welche Kontakte, welche Aktivitäten und welche Erfahrungen die Lernten zu einem bestimmten Lernthema machen. Ja, und das hilft dir dann ganz konkret beim Strukturieren, beim Konzipieren und beim Check, ob du was Wichtiges vergessen hast. So, bevor du mit der Learner Journey startest, gehe ich davon aus, dass du dich vorbereitet hast. Du hast verstanden, worum es beim Lernthema geht, wer daran beteiligt ist, was der strategische Wert für die Organisation ist. Und ganz wichtig, du hast dich intensiv damit auseinandergesetzt, wer die Lernten sind und was sie brauchen. Und das kann ich nicht oft genug betonen. Sprich mit den Lernten, erstelle Personas, validiere die Personas, denn dann hast du wahrscheinlich schon ziemlich konkret im Kopf, was die Lernten alles brauchen und was die Learner Journey ausmacht, was ihnen nicht fehlen darf. So, also du weißt nach der Personaerstellung jetzt also, was eine Persona konkret in ihrer täglichen Arbeit tun muss, welche Gewinne, welche Sorgen sie bezüglich des Lernthemas hat, was sie generell bei der Arbeit und beim Lernen schätzt oder auch eben überhaupt nicht mag. Und du weißt, wie Lernangebote ausgeprägt sein sollten oder sogar ausgeprägt sein müssen, damit sie für die Persona etwas taugen. So, und jetzt gilt es, all diese Informationen, die du im Vorfeld erarbeitet hast, sinnvoll in der Learner Journey zu strukturieren. So, du siehst hier eine Learner Journey Vorlage, wie ich sie gerne verwende. Wichtig zu verstehen ist, so eine Learner Journey beschreibt so einigermaßen chronologisch, nicht ganz chronologisch, von links nach rechts, wie sich die Lernenden ein Thema erschließen. Beginnend von ganz links bei dem initialen Kontakt, dem Auslöser. Die Situation, die eingetreten ist, damit die Persona sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen kann, beschäftigen möchte, beschäftigen soll, über die Phase des initialen Wissensaufbaus, des initialen Kompetenzaufbaus, der weiteren Sensibilisierung für das Thema. Das, was wir klassischerweise eigentlich unter dem Lernprozess verstehen. Aber, und das ist mir ganz, ganz wichtig, bis hinein in die tägliche Anwendung, die Kompetenzdemonstration, wie die Persona das Gelernte täglich in ihrem Job einsetzt. bis, und das kann oft Monate oder Jahre in der Zukunft liegen, die Etablierung des Themas, was die Persona dazu tut, um das Thema weiter zu stärken im Unternehmen. Sie teilt es vielleicht mit ihren KollegInnen, fördert das Thema, trägt dazu bei, dass das Thema immer etablierter, immer besser wird, das Lernangebot immer besser wird. Und du siehst hier schon, dieser Ablauf, der ist viel, viel größer, als das klassischerweise in Learner Journeys abgebildet wird. So, und dann von oben nach unten siehst du hier die Detaillierung jeder einzelnen Phase. Hier in dem ersten Teil erst mal konkret aus Perspektive des Lernenden und dann unterhalb des dicken Striches für uns als Hilfe, was wir als Learning Professionals noch berücksichtigen sollten in der jeweiligen Phase. Legen wir einfach mal mit einem Beispiel los. Hier in unserem Beispiel füllen wir eine Learner Journey aus. Eine neue, eine neue Kollaborations-Kommunikationsplattform soll eingeführt werden. Wir nennen das Projekt jetzt mal Collabo Excellent. Wir haben hier eine Persona erarbeitet, die nennen wir Peter Pohl, arbeitet im Vertrieb. Wir als Fachabteilung sind, nennen uns CCL und wir haben die jetzt vor wenigen Tagen, am 21.06. zum letzten Mal bearbeitet, die Learner Journey. Los geht's mit der Phase Auslöser für den Start der Learner Journey. Das Unterthema ist erst mal diese neue Applikation, Collabo Excellent, soll überhaupt angekündigt werden. So, nach der Ankündigung treten wir ein in die Phase des initialen Lernens. Erst mal generell, was sind die Ziele dieser neuen Kommunikationsplattform? Dann, ja, konkreter das Handling. Wie bedient Peter Pohl das Tool? Und dann, wie arbeiten wir alle zusammen dank dieses neuen Tools? Das sind so, jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, die Phasen des initialen Lernens, des initialen Wissensaufbaus, Kompetenzaufbaus. So, und dann weiß Peter Pohl Bescheid darüber, tritt in die Arbeit, in die tägliche Anwendung ein, in die tägliche Arbeit mit Collabo Excellent und hat dann zum Beispiel die Situation, wo er eine selten genutzte Funktion wiederfinden muss. Da würde er sicherlich nicht noch mal zurückgehen in die Phase des initialen Lernens und dann da wieder lange Kurse belegen, wenn er nur eine exotische Funktion wiederfinden muss. So, wieder fast forward in die Situation, wo Peter Pohl vielleicht dazu beitragen möchte, dass Collabo Excellent noch besser wird und die Zusammenarbeit sich noch weiter verbessert. Das kann dann vielleicht nach einigen Monaten des zufriedenen Einsatzes der neuen Applikation geschehen. Okay, das sind jetzt vereinfacht. Normalerweise gibt es noch ein bisschen mehr Unterthemen, unterschiedliche Phasen ausgedrückt, welche Stationen Peter Pohl durchläuft auf seiner Lerner Journey, um Collabo Excellent zu lernen und einzusetzen. Gehen wir mal in der ersten Phase. Detaillierung. Wert für den Lernenden bei der Ankündigung der Applikation. Peter Pohl ist informiert über die Neuerung, die da für ihn kommt. Ja, wie und wann kommt das für ihn? Das kommt als Push-Information rein in sein E-Mail-Postfach. Er denkt sich, wofür brauche ich das eigentlich? Was bringt mir das alles? Das ist wahrscheinlich erst mal ein bisschen skeptisch. Und das konkrete Format, in dem ihn diese Phase erreicht, ist ein Newsletter. So, für uns, also für uns, die wir die Lerner Journey für ihn ausarbeiten, die wir ihm anbieten, für die Organisation, ist das Wichtige daran, dass er informiert ist, eingestimmt ist, was dann kommt. Wie können wir messen, ob die Phase erfolgreich bearbeitet, abgeschlossen wurde? Jetzt hier zum Beispiel, dass 10% der Lernten auf ein Internet-Link für weitere Informationen klicken. Was brauchen wir, um diese Phase anzubieten, also um diesen Newsletter zu erstellen? Ja, wir brauchen irgendwie interne Kommunikation, wir brauchen die IT, um diesen Newsletter zu schreiben. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter in die initiale Lernphase. Die Ziele von CollaboExcellent. Peter Pohl möchte darüber erfahren, ja, was ist das überhaupt für eine neue Plattform? Er hat eben auf den Link geklickt und möchte jetzt mehr wissen. Er tritt jetzt in die Phase des initialen Lernens ein. Für ihn ist der Wert, er versteht, wozu, wofür ist das Ganze eigentlich, was ich hier lernen soll, womit ich täglich arbeiten soll. Er erkennt die strategische Wichtigkeit des Ganzen, die Benefits für ihn selbst zum Beispiel. Ja, wie erreicht er das? Klar, er hat, wir sehen es hier, auf den Link geklickt und deswegen landet er jetzt auf einer Videobotschaft aus dem Management. Du denkst dich dabei, hm, klingt prinzipiell vielleicht spannend, muss sich für mich aber erst mal bewähren. Die können mir ja viel erzählen. So, für die Organisation, welcher Erfolg tritt ein, wenn er sich damit beschäftigt? Er wird hoffentlich neugierig auf das Ganze, baut vielleicht eine gewisse Motivation auf, um sich näher damit zu beschäftigen. Und ja, woran können wir messen? Okay, dass er diese Phase in dem Sinne, wie wir es intendiert haben, abgeschlossen hat, dass er sich als einer von mehr als 25 Prozent aller Mitarbeitenden, die diese Phase durchlaufen haben, einloggt ins System. Er möchte es jetzt mal selbst ausprobieren. So, was brauchen wir, um diese Videobotschaft des Managements zum Beispiel zu produzieren? Wir brauchen ein Videoproduktionsteam, klar. Okay, also Peter Pohl weiß jetzt, da kommt was Neues. Er ist prinzipiell sich darüber im Klaren, was bringt uns das, dieses neue Tool? Und jetzt geht es konkret in die Phase, wie bediene ich das Tool? Das möchte er jetzt lernen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen schneller voran. Ihr könnt euch das gerne im Nachgang noch mal selbst in Ruhe durchlesen. Wie gesagt, die Materialien gibt es alle zum Runterladen. Er belernt jetzt das Tool zu bedienen. Das macht er mit Lernnuggets. Er tauscht sich mit anderen KollegInnen aus, wie das die sinnvolle Zusammenarbeit verbessert. Wie arbeiten wir zusammen? Das macht er vielleicht durch ein interaktives Online-Training, wo er auch die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen und zu diskutieren und so weiter. Okay, gehen wir jetzt mal davon aus, die initiale Lernphase ist abgeschlossen. Peter Pohl weiß um die Sinnhaftigkeit des Tools, wie er es bedient und wie er gut mit seinen KollegInnen zusammenarbeitet. Jetzt tritt er in die tägliche Anwendung ein. Und jetzt kommt er zum Beispiel zu der Phase, okay, irgendeine Funktion nutzt er relativ selten. Keine Ahnung. Er macht viel zu selten die Abwesenheitsbenachrichtigung an, weil er so selten Urlaub hat. Jetzt muss er diese Funktion aber wiederfinden. Wie macht er das? Zum Beispiel, er ruft sich jetzt im Moment of Need, im Bedarfsmoment eine Hilfe auf. Die bekommt er. Und die nutzt er zum Beispiel, wenn er ein Performance-Support-Material nutzt. Genau, ihr seht hier, das sind jetzt viele verschiedene Situationen, die eintreten können in der täglichen Arbeit. Okay. Werfen wir noch mal kurz einen Blick auf die Phase der Etablierung. Er möchte jetzt in Zukunft, dass Collabo Exzellent immer besser wird und trägt selbst dazu bei, im Rahmen seiner Möglichkeiten, die Plattform zu verbessern und die Lernangebote zu verbessern. So wie macht er das zum Beispiel im regelmäßigen Arbeitsfluss. Er trifft sich zum Beispiel mit den anderen Beteiligten im Rahmen einer Community, auf einem Community-Event und trägt dazu bei, die Qualität der Zusammenarbeit und in dem Sinne auch der Adoption zu steigern. Das mag jetzt vielleicht overwhelming für dich sein, das war aber ein ganz vereinfachtes Bild. In der Realität wird deine Lerner-Journey wahrscheinlich noch deutlich voller werden. Was mir hier wichtig war, eben zu zeigen, dass die Lerner-Journey nicht beim Beginn des formalen Lernangebotes erst beginnt und dann hier aufhört, wenn die Kurse, die Seminare, die Trainings durchlaufen sind, sondern eben erst aufhört, wenn wirklich der Lebenszyklus des Themas erreicht ist. Vom ersten Kontakt bis Monat oder Jahre in die tägliche Anwendung und Verbesserung. So, und jetzt bist du an der Reihe. Mach dir Gedanken, was deine Lernenden brauchen, wie du sie in ihrer täglichen Arbeit unterstützen kannst. Hol dir die Vorlage, sprich mich gerne an. Ich freue mich über deine Ideen, Kritik und Verbesserungsvorschläge. Danke.